PS 6 FPS Bin jetzt doch schon bei 30 an die Lande. Ich brauche euch ne neue Grafikkarte. Was ist denn für ne Rotze hier? Ich hab immer noch Prozent stehen und dabei auch schon das Ubi steht. Rage Oh Neo, du stehst ja neben mir. Hä? Wo? Los geht's Mann ist das Teil hässlich. Was? Der Torchul hier. Komm mit du Rotzu. Die Sichtweite ist eigentlich schlecht sind bei dem Tierangst-Panagon. Ja deswegen habe ich mir den ja auch schon nochmal geholt. Weil... Ich hab viel CVs hier. Das war französisch-japanische Freundschaft hier. Wirkungstreffer. Wie schön das hier ist mit dem Stand. Erwischt. Was? Da auch schon der Tepple die Tümer drückt. Der Bühle zu Klau hier. die Hatschoo! Hatschonlau! Geht mal! Irgendwie wurde ich die ganze Zeit gesehen? Ja, von hinten. Hinter euch ist er auch noch. Ja, ich wurde aber von dem MS1 gekillt. Der schon 3 Kills hat. Ich hab noch 0 Kills. Ich hab 2. Boah, Sikare Scheiße. Ich glaub den T1 werde ich noch behalten. Steht doch wirklich wieder. Oh, hier werden schon getrocknet. Das ist... Das ist der Klasse. Auch vom MS1. Der muss ja auch in der Welt stehen. Scheiß Dreckscamper. Sie sind rot anziehen, die Kackschluchtel. Okay. Soweit kann er nicht gucken. Funktioniert nicht. Da ist auch. Von wegen, wie sollen der da hinschießen? Schön wie er mit Premium Munition schießt. Oder? Ist doch herrlich. Tier 1, Primo Muni, das ist mir halt gesperrt, ey. Vom Fach. Ausfriede hatte Nahkampf. So, unsere Artie hat schon 5 gehipst. Die holt sich schon noch den Krieger. Und wiederum bei seinem Match-Making mit Artie. Schon ziemlich geil. Unser T1, der 6 ist vor den Arsch. Der steht einfach nur hinten rum. Hm. Wenn du Glück hast, siehst du gleich den einen T1 in der Mitte. Was kommt denn da? Da ist die Box. Ach, lohne Gott zu. Jetzt muss noch alles ziehen. Wieder schieß. Bitte ihn. Aus. Die Artie steht auch bei denen noch. Beziehungsweise ziemlich weit vorne sogar jetzt. Wenn sie da noch steht. Ich glaub ungefähr hier stehen die. Hey, komm gar nichts jetzt. Hm. Sie hat vergessen Steuerung zu drücken. Wo ist wieder, trau dich mal ein bisschen was. Hier Bummi macht. Ich möcht´ sagen, ein gegnerischer Panzer. Hm. Links. Irgendwo. Oben drauf ist jeder. Ich geh mal nach hinten. Ah, da hat die T57 daneben geschossen. T57, wo zielst du hin? Bis jetzt ist er... Wie hörst du den unbedingt an die Artie, du Deutsche? Machst du nicht. Ach ja, der gepanzerte Bike. Als Frieder ganz so nah gehabt, gebe ich ja die Schossen. Ich bin noch mal nicht der Schnellste. Ne, jetzt würdest du gleich wieder schießen können. Das liegt aber nicht am Panzer. Die müsstest du schon sehen können. Immer drauf weg, geh immer drauf. Los, 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 los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wär für Rambi gewesen. Die Kerle sind wirklich scheiße. Aber warum die T57 nicht einfach in Nahkampf geht? Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Ich geh am besten cappen früher. Ich ahne, ich dachte, dass dieser... T1-Kartengebiet doch noch was reißt. Von der Gegner. Obwohl er nur 25 Blausch hätte. Ja. Falsch auch. Schön, der T1-E6 von uns ist ein Bot. Und das heißt? Dreht die sich weg? Ich glaub, das weiß er selber nicht, warum er sich wegdreht. Wie schnell ist der T1, ey. Mein, das für die Dreckkarte. Oh, der ist auch ein Plan. Und da dann irgendwie Schuss. Das ist ein... Und... Aber da drüben die Aufnahme.